Hallihallo und herzlich Willkommen zurück bei The Lost Crown. So und jetzt werden wir mal in den Turm gehen. Wir haben ja den Schlüssel von Timmy bekommen. Hier ist er. Wenden wir mal auf die Tür an. Oh, ist das die Glocke runtergekommen? So, da schauen wir uns mal ein wenig um hier. Was ist das? Oh, ist das ein Tank? Ein kleiner Benzintank. Was ist das für eine Maschine? Ah, was ist das da? Muss man hier ein Foto machen, oder was? Wir probieren das mal. Fotoapparat. Das ist nicht richtig. Auch nicht. Was können wir denn mit dem machen da? Holen wir mal die Videokamera draus? Das ist nicht richtig. Denke ich mal nicht, ja? Werden wir noch rausfinden, was man hier machen kann? Oder ist das einfach... Ah, das gehört jetzt zu dem Tank. Ach so. Das gehört zu dem Tank hier dazu. Na, ist ein bisschen blöd. Okay. Ist aus wie eine kleine Dampfmaschine oder sowas. Mal schauen. Das finden wir raus. Kann man aber gar nicht nachschauen hier. Müssen irgendwas drauf anwenden. So, gibt es hier sonst noch was? Na, gehen wir erst mal nach oben. Hallo, nach oben. Aha. Da haben wir eine schöne Aussicht hier oben. Ah, hier ist das Denkmal. Ah. Kann man hier wieder das Fernrohr drauf anwenden? Probieren wir gleich mal. Hallo Fernrohr. Hier. Geht das? Ah. Oh, wer ist das da? Das Denkmal. Aber... Was? Oder wer... Ist das? Das sieht aber aus wie ein Geist, oder? Er ist ein bisschen durchsichtig. Ah. Es wird noch ein bisschen größer, oder? Nein. Ist das der Vater von Nancy und Timmy? Vielleicht hinterlässt ja den beiden noch einen Brief. Werden wir dann später da mal schauen gehen. Vielleicht bekommen wir ja dann einen Brief. Okay. Ich denke, das war's. Okay. Hier gibt's nichts weiter. Schade. Was? Ah, hier ist noch was. Ah, Bücher. Okay. Es sind zwei Bücher. Halt. Muss man hier... irgendwas machen? Die Fotos eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Das geht, glaube ich, nicht mit Foto machen, oder? Das brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir probieren es trotzdem mal. Das ist nicht richtig. Eine Digitalkamera mit Bewegungssensor. Genau. So. Hallo. Hallo. Okay. Schauen wir hier mal rein. Okay. Mehr ist hier leider nicht zu sehen. Kann man hier nicht blättern oder so? Schade. Nur die zwei Bilder. Okay. Dann gehen wir mal schnell weiter. Sonst noch irgendwo was hier? Glocke. Da sind wir. Hier geht's nach unten. Sonst ist eigentlich nicht... Ah, das geht auch zu der Dampfmaschine, oder was das ist. Diese Maschine da. Sieht aus wie ein kleiner Benzinkanister. Wir gehen erstmal in den Keller. Mal schauen, was es da gibt. Ah. Hier haben wir doch so ein Rad, wo man das in der Kirche an die Urkel anschließen kann hinten. Hihi. Das haben wir mitgenommen. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Das kann man dann schon mal aufdrehen. Ist hier sonst noch irgendwas? Was sind das für Geräusche? Oh oh. Oh, hier ist was. Ah, das wird zu der Tür gehören, oder? Kann man hier durchschauen? Huhu. 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 Oh oh. Oh oh. Hoffentlich guckt uns jetzt kein Gesicht an. Was ist das für ein Tür? Äh. Irgendwas bewegt sich da. Also nur geräuschmäßig. Okay, das war's glaube ich. Hier haben wir noch ein Tastenfeld. Was ist das hier? Oh, es gibt Geräusche, oder? Das ist für ein Tastenfeld. Doch nicht. Okay, das werden wir später herausfinden. Vielleicht finden wir noch irgendwo Infos. Ah, dann lassen wir doch das Monster hier frei. Das wollen wir doch nicht. so hier unten gibt es eigentlich nichts mehr zu entdecken komm später wieder dann fragen wir einfach mal nach jetzt würde ich sagen wir gehen erst mal zu dem denkmal oder machen wir das das ist ja gar nicht weit weg ist ja gleich hier oben rechts na komm mal schauen was wir da gefunden haben und mal schauen ob der geist noch da ist so wird wieder langsam unterwegs so jetzt schauen wir da mal der geist ist weg den sieht man nur mit unserem zauberfernglas hier steht auf einmal was geliebte nancy und liebster timmy ihr habt mir gefehlt an jeden tag an dem ich fort oder fern war der krieg wollte kein ende nehmen ich habe jeden tag an euch gedacht jede sekunde und jede minute es tut mir so leid dass es so lange gedauert hat und nicht für euch da sein konnte bitte verzeiht mir ich weiß wie einsam ihr gewesen sein müsst aber jetzt wird alles anders ich werde bald bei euch sein schließt die augen meine lieben ich bin schon ganz nah und bald werden wir zusammen sein nichts nichts wird uns trennen können meine geliebten kinder ich habe euch so vermisst okay kann man hier ein foto machen von dem abschiedsbrief probieren wir das mal wurde bereit genau hier das ist nicht richtig ein notizblock oder notizblock oder was wo ist unser notizblock ein denkmal mit einer inschrift ich werde eine notiz machen genau vielleicht können wir den nancy und timmy das geben ok jetzt kann man es auch besser lesen als dort auf diesem dings auf diesem stein ok so dann gehen wir mal zurück müssen wir nach links gehen hallo genau das haben wir schon ein foto hier das haben wir die inschrift haben wir in der letzten folge schon das wissen wir schon nancy war hier drin muss irgendwie hinten sitzen oh sie ist weg jetzt kann man das karmofon und dings anschauen hallo ja das ist ja wieder hallo was das muss man ein bisschen musik machen ok man kann jetzt trotzdem irgendwas hier machen man könnte schnell was machen kann man da ein bild machen schnell zum foto bereit eine göttliche erscheinung kann man auch ein video machen das ist nicht richtig ok das geht nicht und das hörgerät dings songs of yesterday ok das war's oh oh wo ist mein maus zeiger hin geht automatisch weg wollte gerade sagen ok haben wir aufgenommen gehen wir mal weiter hallo so wo ist denn nancy suchen wir mal vielleicht hier hinten wo waren der kleine schuppen der war hier hinten ah mr russet ist auch noch da reden wir erstmal mit ihm können wir mal fragen vielleicht weiß er was das für eine maschine da oben ist oder für was das ding da ist hallo was ist das für eine alte maschine im turm was ist das für eine alte maschine im turm ach das wird meine alte dampfmaschine sein was macht sie machen machen sie macht dampf wieso reicht strom nicht aus na junge das letzte mal als diese kirche strom brauchte tobte der krieg kein strom in dieser kirche also haben sie dampfkraft erzeugt das ist brillant ja das dachte ich auch aber sie wurde niemals gebraucht wieso sie wurde gebaut um die alte orgel anzutreiben aber ja niemand wollte sie spielen wegen des krieges nein wegen des fluchs fluch sagen sie nichts wieder die älgers der schlimmste der bande er war hier in alkomb jawohl spielte die orgel dämonische kreatur niemand wollte das ding spielen es hieß man könne seine anwesenheit fühlen beobachtend abwartend er ist jetzt tief unten der kommt nicht zurück er ist eingeschlossen ok ah hier ist auch wurde auch gefragt diese metalltür im keller oder ganz unten was liegt hinter der metalltür unten im turm was liegt hinter der metalltür unten im turm gehen sie da nicht rein da drin ist nichts gutes was ist nichts solange sie sich von der krypta fernhalten eine krypta perfekt könnte genau das sein was ich suche verdammt junge hält sie denn gar nichts auf ok er warnt uns schon was steht auf dem stein in der vorhalle was für ein stein haben wir das schon gefragt was steht auf dem stein bei der vorhalle der rätselstein das habe ich ihnen schon gesagt genau hat er schon gemacht so ist der turm im turm ist eine beeindruckende uhr im turm ist eine beeindruckende uhr eine tolle arbeit klickt immer noch vor sich hin naja sie zeigt immer auf mittag am mai feiertag ist immer mittag da müssen wir nochmal reingehen die uhr habe ich gar nicht gesehen wo denn wo denn ok das haben wir alles schon darf ich sie etwas anderes fragen nur weiter junge ist hier irgendwas neues zu sehen eigentlich nicht oder nein ich schaue mich weiter um sie meint es heute gut mit ihnen wer der mond die bleiche goldene göttin es ist ihre zeit ebenso wie ihre ok dann gehen wir mal weiter ah das nennt sie werden wir gleich mal mit ihr reden ist tibbi da noch in dem komischen schuppen drin ah er ist noch drin reden wir erstmal mit nancy ich bin sicher ihr werdet bald bei eurem vater sein werden wir diesen ort verlassen können für immer ja ich glaube schon warte bei timmy ich komme bald zurück wir warten hier auf sie mister vergessen sie uns nicht ja ok müssen wir da gleich diese äh geht das nicht automatisch war das das hier halt äh wo ist denn diese äh diese aufzeichnung die wir da gemacht haben ja ah hier oder ist das ah genau das geben wir ihr mal ist es vorbei es ist vorbei ich glaube ich habe euren vater gesehen papa wo ist er wo haben sie ihn gesehen er wartet auf dem weg auf den klippen dann ist der krieg vorbei und so komisch wir haben nichts davon gehört aber ich glaube wir nicht oder wir sind nicht wie andere kinder in der klippen wo ist es zu tun hier es könnte wie man sie wo ist er hier wo ich habe wie ich wie es wie ich Nichts wird uns wieder trennen können. Meine liebsten Kinder, ich habe euch so sehr vermisst. Okay, jetzt sind sie erlöst worden. Wo gehen wir denn auf einmal hin? Automatisch? Ich glaube, sie werden Nancy nicht mehr begegnen. Ist sie auch fort? Ja, es war eine tragische Geschichte. Das ist es immer, Junge. Das ist es immer. Wo, glauben Sie, gehen Sie hin? An einen besseren Ort als diesen. Das ist mal sicher. Okay, jetzt ist ja, glaube ich, der Schuppen frei. Können wir da jetzt reingehen? Jetzt kommen wir uns mal in diesem Schuppen mal um. Ah, Timmy guckt ja immer noch aus. Hallo. Das Bild haben die gar nicht geändert. Ah, ist das eine Krone? Wo? Ja, definitiv eine Krone. Okay, wir kriegen ja ein Buch. Hallo. Schauen wir uns gleich mal an. Okay, kann man hier blättern? Die Pfeifen pfeifen. Die Pfeifen sind eben in blutrotem Strom versiegt. Okay. Dann hat wo alles und gar ausgemacht, wenn da einer, wenn er Ogel gespielt hatte. Und da hat wo einer reingelacht. Und schon wurde er umgebracht von dem. Okay. Okay. Aber viel wichtiger ist der Kanister hier. Kann man den mitnehmen? Ah. Hihi. Ein Ölkanister. Halb voll. Ein Ölkanister. Ich hoffe, es ist mal Benzin drin. Für diese Dampfmaschine da oben oder was das ist. Hier ist nichts weiter zu sehen. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal wieder in den Turm. Oder wir tun erstmal das... Oder erst das... Wir machen erstmal den... Die... Wir betreiben erstmal die Dampfmaschine, wenn es geht. Und dann müssen wir noch in der Kirche... Den... Äh... Fürs das Ventil den Hebel oder das Rad anbringen. Hallo, schneller laufen. Äh... Wir gehen erstmal in den Turm. Wo war denn der Turm hier hinten? Gut. Hihi. Hallo Turm. Da ist er ja. So. Sind ja gleich wieder da. Müssen wir den Schlüssel wieder drauf anwenden? Tatsache. Oder geht die einfach auf? Na, wir haben diesmal nicht abgeschlossen. Äh... War das Ding jetzt oben oder unten? Oben, glaube ich. Ach scheiße, oben war ja der Turm. Jaaaa... Was ist eigentlich, wenn man hier raus schaut? Machen wir das nochmal? Sind wir einmal oben? Na, das ist ja der... Der Ort ist frei. Frei von seinen Toten. Genau. Uh... Also können wir hier nicht rausschauen. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Ach Mensch, hier ist vor unseren Augen. Hier. Aber wo hat denn der eine Uhr gesehen? Hallo? Ist doch gar keine Uhr. Wo ist 12 Uhr mittags? Okay. Schauen wir mal. Haben wir da den Kanister auf diesen Tank hier anwenden können? Aber ich sehe auch keinen Schalter oder sowas, wo man das hier in Gang setzen kann. Okay. Wir füllen erstmal... Geht das? Das ist nicht richtig. Ja. Wir müssen erstmal vergrößern. Jetzt können wir das anwenden. So. Uh. Ein Zauberdeckel. Hallo? Das wird aber nicht lange reichen. Okay. So. Und hallo? Wie machen wir das Ding an? Ah. Das sind zwei Schalter. Uh. Müssen wir alle beide drücken, oder? Es wird schon Dampf. Hihi. Was ist mit... Wir setzen uns schon mal in Bewegung. Blubbert schön. Blub, blub, blub. Und was ist, wenn man hier drauf drückt? Dann lass uns mal laufen. Oder? Wenn ich... Was passiert jetzt? Gar nichts. Okay. Jetzt haben wir das Ding schon mal angemacht. Das läuft. In den Keller gehen wir dann auch später nochmal. Ah. Wir gehen erstmal nochmal hin. Wir bringen erstmal das Handventil an. Wir müssen ja auch noch schauen, was da im Keller an der Tür drin ist. Hallo? Ah. Wir bringen erstmal das Ventil an. Äh. Das Rad ans Ventil. Mal schauen. Wir sind doch ein bisschen weiter gekommen heute. Ach scheiße. Scheiße. Das war ja in der Kirche. Hallo? Hallo? So. Äh. Genau. Da ist ja die Urkel. Ah, hier kommt überall Dampf raus. Das aber ist in Betrieb. Werden wir das mal da. Denke ich mal, da können wir auch schön auf der Urkel rumspielen. Oh, oh. Ich muss meine Bewegungen abpassen, um den heißen Dampf zu vermeiden. Okay. Oh, oh. Ich hoffe, wir werden nicht gegrillt. Haben wir aber Glück gehabt. Gut, wir hätten ja vor, dass Dings anschließen können und dann die Dampfmaschine. Aber egal. Das ist nicht richtig. Man muss das erst wieder vergrößern. Okay, aber jetzt können wir es dranstecken. Hihi. So, aber wir werden erst in der nächsten Folge dran drehen. Bis dahin. Tschau. Tschüss.